Willkommen zu einem anderen Video auf meinem YouTube-Channel. Okay, ich habe eine Clothing-Brand. Dein Booty. Mein Booty. Mal kurz Laura zeigen, wie ich es für den Viper. Was ist dein Traum? Mein Traum? Ich mag es. Ich will einen. Wenn du dafür arbeiten kannst, kann es nicht möglich sein. Ich komme jetzt rein, ja? Ich mache jetzt direkt Intro. Oh shit, das ist der Intro, man. 3, 2, 1, go! Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin immer wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Willkommen zu einem anderen Video auf meinem YouTube-Channel. Ich mache es in Englisch, oder? Du verstehst Englisch? Ja, ein bisschen. Also, ich habe dich hier auf der Bühne. So, ich habe dich hier auf der Bühne. Was ist dein Name wieder für die Leute? Okay, mein Name ist Amber. Amber. Nice to meet you, Amber. Nice to meet you. Und wir sprechen ein bisschen. Und ich finde deinen Weg sehr interessant. So, ich denke, wir können ein kleines Video machen. Und ich werde dir einige kleine Fragen stellen. Okay. So, was du für Arbeit machst? Okay, ich habe eine Kleine für Frauen. Und... Und... Du hast etwas von deinem Brand? Ja, die Boots. Oh, wirklich? Ja. Nice. Nice. Thank you. Und du hast auch die Kleine, oder? Ja, meine Kleine. Kannst du vielleicht ihr Kleine bringen? Mi amor, kannst du mir Kleine bringen? Mein schönes Freund. Ja. Ja, er hat die positive Energie. Ja, er hat eine gute Energie. Er hat eine gute Hand, oder? Ja. Er ist so nett mit mir. Ich fühle mich. Danke. Danke. Das ist für mich. Das ist für mich. Oh, das ist für dich? Ja. Das ist für mich. Das ist für mich. Ich will eine. Ja? Ja, natürlich. Das ist für mich. Ja, natürlich. Mit dem sneakers und dem top. Welche size du brauchst? S ist okay, oder? Ich bin klein. Aber ich denke, ich bin medium. Für mich, weil ich... Ich liebe... Oversized, oder? Ja. Oversized. Ich liebe... Oversized. Also, das ist für dich, oder? Ja. Es ist für dich. So, ich möchte etwas für die Frauen, auch. Okay. Vielleicht können wir es zusammen machen. Wir können zusammen. Ja. Ja. So. Was sind deine Hobbys? Was machst du, außerhalb der Arbeit? Okay. Ich liebe Dance, Szene. Ich habe nicht viel Zeit, weil ich arbeite immer. Ich liebe Bilder. Ich liebe... Ich liebe die... 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 Mein Englisch ist schlecht. Die Leute wissen, dass mein Englisch ist schlecht. Ja. Ich liebe dich. Aber die Kontakt mit den Leuten, weil einige Leute wissen, was ich mache. Und... Ich liebe das. Die Kontakt mit den Leuten. Und die Leute senden mir immer ein Messer, wie... Oh mein Gott, ich liebe deine Brie. Ich liebe... Weil... Ich liebe mich für mein Englisch. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe mich. Ich liebe mich. Ich liebe mich. Ich liebe mich. Als ich angefangen habe, habe ich gesagt, das ist nicht wie... Instagram-Instagram. Es ist so anders. Aber... Es ist cool, also... Also... Ich werde dir einige Fragen stellen. Okay? Okay. Wenn ich verstehe... Ja, du verstehe. Also... Welchen Teil von einem Mann für dich... ist das die sechste? Mein Freundes Teil ist das sechste. Sechste! Und was ist dein Freundes Teil deinem Favoriten? Deinem Favoriten? Deinem Favoriten? Ja, deinem Favoriten. Deinem Favoriten? Ja, deinem Favoriten. Ich weiß nicht. Ich bin sorry. Eben. Ich liebe seine Augen. Aber... Du kannst hier auch. Komm hier, mein Lieber. Was ist hier? Sechste. 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 Du wервst? Warte? Ja! Nein! 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 Nicht noch, weil wir wollen, wir haben ein Schimm in unserem Haus, aber wir haben keine Zeit, weil er auch arbeitet. Was macht er für Arbeit? Er macht auch Fashion? Ja, er hat eine Brand und alles. Aber wir arbeiten wirklich jedes Mal. Nicht noch, aber... Frag ihn, was ist der Lieblingspartner von deinem Körper? Was ist der Lieblingspartner von deinem Körper? Was ist der Lieblingspartner von deinem Körper? Deine Wutte. Meine Wutte. Danke, Baby. Und was ist wichtig für dich in einer Verlangenheit? Die Kommunikation. Und der Respekt. Ja. Ja. Und frag ihn, was ist wichtig für ihn? Amor, was ist das wichtig für unsere Verlangenheit? Hablar. Ja, das gleiche. Ja. Kommunikation. Te falta respeto. Respekt. Respekt. Okay, man. Thank you. So, what's your dream? My dream? I'm thinking about it. To grow up my clothing brand. But to have, I don't know how to say it, but to, I don't know, I'm sorry, like, let know my experience and all the things that I do and the people can learn. Share with the people, right? Yeah, share with the people. That they can learn. Yes. From your experience. Yes. I'm sorry, man. Yeah. But something like that. And growing up like a person. You have to do YouTube channel. Yeah. I have to do that because the people, they never know if I don't. Because that's what I do. So I'm traveling, I'm doing my thing and I'm, let the people like, be a part of it, you know? Yes. It's very nice. And they have to know that everything that you, that you dream, if you work for it, it can be possible. Yeah. And that's the best thing. We got the same message, yo. All right. So, it's dark right now, but it's okay. Yes, but it's okay. Thank you. Thank you very much. Nice to meet you. Say your Instagram again. Ambar Bia Vargas. It's very difficult, but if you follow me or queens... Can you spell it like A? Oh. A, M, B, A, R, the V, the other V. W? No, 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 W. Yes. Like this. W. No, W is like this. No. This is M. You mean V. Ah, V. Ah, okay, this one? This one. This one is V. B, E, A, G, M, V, A, R, G, A, F. I did it. I can't do it. So, you're gonna... Meine Follower geht auf ihr Instagram, spamnt die voll, dass sie YouTube machen. So nervt die richtig, weißt ich, man? Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Have a nice day. Bro, thank you, man. Laura, thank you. We are sure. Bye. Bye. I'm a good Slauger zeigen with you for the Viper. Cheers. Let's go. I like to go to the sun, man. Where's the sun at? I don't know. Alright. Peace out. Peace. 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 Wir sind fach heute nah Zu zweit aus dem Club